hallo und herzlich willkommen bei let's test let's play call of huares hat game ist schon ziemlich alt viele von euch werden nicht kennen manche werden jetzt schreien über wille mit dem alten scheiß ja das game ist etwas älter es soll aber tierischen spaß machen ich wollte mir immer mal holen wusste nie soll sie jetzt soll sie nicht und ja wenn ich jetzt wann dann das gibt es zurzeit beim handel wandel umbel bundel ich verlinke euch unten unter dem video für 92 cent und zwar noch zwei weitere spiele dazu ja unschlagbarer preis also gucken wir uns das game jetzt mal an akade habe ich eben ausprobiert sehr funny richtig ab und wir zocken jetzt mal den story modus an los geht's normal nicht schwer ab geht die post gespannt wenn er zu fetzig ist wie der akade teil dann nein don i know you sir hey so i haven't been here in many years name silas greaves silas greaves the bounty hunter used to be well what are you doing here in abilene just passing through got a little business to take care of well sir it would be an honor if you would allow me to buy you a beer hell son it would be my honor to drink it i'm molly howdy i'm dwight that's jack and steve ben's behind the bar i bet you got some great stories a couple any of them true jack be nice a few what about your shootout with henry plumbers gang in bannock montana is that where you started as a bounty hunter that's what it says in this here dime novel don't believe everything you read in them dime novels boy first man i hunted was back when i was riding with billy the kid you knew billy the kid damn right that scrawny son of a bitch had no fear back down for nobody i heard he collected the tin stars off any crooked lawmen who crossed it it was a war boy the lincoln county war and billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack john tunstall kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper made him dangerous as hell okay so weit zur story and show mama wo wir jetzt hin kommen ich schätze mal wir gehen dahin kommen wo wir mit billy the kid da oben geritten sind anscheinend it was about 30 years ago ah billy was hiding out in an abandoned farm near stinking springs i threw in with the kid because the man i had sworn vengeance on was riding with billy's enemies but before i tell you why i want that sumbitch dead let me tell you what happened that day i was hidden back to the hideout when suddenly i had this funny feeling from me haha no steve the other kind of funny okay anscheinend geht's jetzt los jawohl die grafik ist hier ganz nett kann ich irgendwas machen nee ich kann nur rumlaufen gehen wir mal gucken knarre ich hab nix ja das sieht doch toll aus muss ich mal sagen gefällt mir sehr gut eine grafik her kann man nicht meckern ist ja ein alter kuh stahl okay und missionsziele anzusehen gehe zum versteck zurück das haben wir geschafft da hier ist unser versteck aber für ein schweinestall da regnet es rein tach kuh wie geht's dir ein busch vorbei die grafik der grafik style hängt mich ein bisschen an borderlands ja wo ist das versteck kuh pennt nicht ganz haben wir eine map oder sowas hier ist ein wegweiser okay dann müssen wir direkt mal losballern hier irgendwo lauer die typen ich glaube ich würde sagen rechts irgendwo durch die abknallen wirklich naja erfahrung verdienst durch erledigen von gegnern logisch du brauchst sie um durch level aufstieg zu richtig fähigkeiten zu verdienen die haben ja schön dass die distanz fertig gemacht ok hier ist die munition haben wir hier noch irgendwas nein wenn wir jetzt abschießen gehen wenn wir jetzt abschießen gehen ok es sei der hellbillian euro euro so dass das wurde die mit kuh kann ich die konzentration oder ernst? Bam, bam, bam. Okay, da hinten war noch einer. Verstecken? Au! Den da. Versteckter rennt da. Bleib stehen, Hund. So, auffassend kann man sich auch ducken. Wow, gar nicht so schlecht, der Typ. Aha. Au, 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 au. Wo denn? Ich sehe gar nicht. Die Schüsse kommen vom Schreck da drüben. Na, komm nochmal raus. Kann ich mit dem Holz schießen? Kann ich doch. Komm, komm nochmal raus. Yes. Ich bin tot, so. Wo denn? Noch gar nicht. Wo denn? Ist hier kein? Ja, put me down. Never let you down. Da hinten schießen sie. Hier hinten rum. Hier, der. Hat auch noch was da liegen. Wunderbar. Kann ich hier rüber hüpfen? Nein. Hier kann ich bestimmt. Verlasse den Bereich der Geschichte. Nein, nein. Will ich nicht. Da ist einer. Sehr schön. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Lass dich da rein. Nein, geht nicht. Okay. Dann müssen wir hier zurück. Ich bin doch schon. Bin auf dem Weg zurück. Okay. Okay. Ah, seht ihr hier? Was ist das denn hier? Nimm. Geheimnis. Huhn. Ah, ich bin aufgestiegen. Drücke U. Was? Drücke U gedrückt. Hahaha. Drücke U gedrückt, um das Fähigkeits-Union zu öffnen. Drücke U gedrückt, um das Fähigkeits-Union zu öffnen. So, du kannst hier eine Fähigkeit ausgeben. Du kannst hier einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Ah, einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Wähle eine oder der... Wähle eine der drei Fähigkeits-Kategorien. Und erwirbt die Fähigkeit ganz links. Okay. Revolverheld. Beidhändig. Scharfschütze, große Distanz, Trapper, Nahkämpfer. Äh. Okay. Ja, möchte ich erwerben. Zack. So, jetzt kann ich zwei Waffen gleichzeitig nehmen, würde ich sagen. Okay. Habe ich den zweiten Revolver? War gesagt. Oh, wo? Kopfschuss. Kopfschuss. Ja. Habt ihr schon, quasi. Da oben. Ganz tödliche Schüsse nur, weil vollständig aufgeladen Todes an der Ausweich. Leertaste. Weiche dir Kugel aus, indem du A oder D ausweichst. Ja, okay. Ist doch kein Problem. Iwi. Also, geht doch. Den haben wir vom Turm runter geblasen. Au, wo? Au, 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 au. Weg. Noch jemand ohne Fahrschein. Ist cool, macht auf jeden Fall Spaß. Schön action-lastig. Überall hier drüber laufen. Schöne, die Shooters Garen hired weren't the sharpest tools in the shed. Bitte. Ah, jetzt habe ich beide Waffen. Da muss man nur mal am Rädchen drehen, hier. Mausrad. Zwei Waffen ist natürlich besser. Wenn ich richtig rausfetzen. Ich hatte eine Waffe. Dann gehen wir mal hoch. Was hat der? Was hat er denn da? Aber wo war ich? Oh ja. Ranger? Jetzt? Haben wir eine andere Knarre? Wo denn? Ich sehe niemanden. Da unten. Au. Woher? Woher? Da? Woher? 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 Oh, woher? Wo ist Rapper? Ist auch sehr flott. War jetzt hier. Ranger, ja, und was bringt mir nass? Wie viel Munition sammle ich hier ohne Ende ein? Oh. Okay. Zack. Zack. Okay. Zack. Braue ich nicht mehr. Konzentration. Ich hab's schon so erledigt. Wo ist der Hund? Ach, da steht er doch. So. Sehr schön. Richtig fetzig. Ah, da hätte ich dann auf den Turm schießen können. Gibt Zusatzpunkte. Hier hinten war da auch noch sowas. Bam. Alles weggefetzt. Das müssen wir noch mitnehmen. Cool. Hahaha. Ist geil gemacht. Auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwer versteckt? Nee. Gucken wir mal. Ich sehe nichts. Das ist doch, wo steckt denn Scheiße aus? Kann ich nicht drauf? Hahaha. Kann ich durchschießen? Bestimmt. Hahaha. Geil. Das ist echt gut gemacht. Der Schuppen ist zu. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Da müssen die Typen rumliegen. Es war ein bisschen ein Schlag. Aber ich hab endlich meinen Weg um den Backen des Haus. Okay. Die Typen, die liegen noch hier rum. Wo sind die? Die sind verschwunden? Habt ihr doch alle, alle gemacht. Alle platt gemacht. Die Munition wäre schon nicht schlecht gewesen, hätte ich die einsammeln dürfen. Ist das was zum Aufheben? Gucken wir mal. Nee. Okay. Du passt Dirty Dave. Das ist ein dreckiger Dave. Wo denn? Aha. Mal auf! Billy the Kid. Schlau wie ein Fuchs. Billy looked at me and said, About time, amigo. Grab a gun and get to the window. So you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Okay. That's when Charlie got hit. Okay. Andere Seite, okay. Andere Seite. Wo denn? Ah, ist noch einer. Ah, Hilfe! Okay. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear. Whoa. Even to Billy. And maybe discretion was the better part of Ella. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They've got a Gatlin, Billy Shep. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Okay. Ho 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 ho. Directed that order in me. And I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Oh, ah. What are you saying, old man? Jack, he's just got shattered. Yeah, he better be. Bisschen eher. Komm. Tja. Gar nix, was? Was jetzt? F-Nahkampf. Okay. Uh, soll ich drücken? Ah, hab ich noch so ein Ding. Scharfschütze. Trapper. Was gibst du dir jetzt als nächstes? Zweifach. Längere Kombos. Mit deinem Blutrausch nicht zu kurz ausfallen. Längere Kombos lässt deinem Blutrausch nicht zu kurz ausfallen. Deine Komboanzeige bleibt 50% länger aktiv. Okay. Gib euch mehr Erfahrung. Okay, das machen wir natürlich. Jawohl. Nochmal. Zack. Cool. Sehr schön. Nachladen. Immer nachladen. Oh, ist doch gut. Und jetzt wohin? Oh, lol. Okay, ich muss mir ja dieses, diese Zeitlupending benutzen. Diese kann ich kein Gewehr benutzen. Okay. Explosive. Der schädet fast. Ich trau dem Braten nicht. Da gibt's was hier. Warte mal. Hut. Jibiii. Und das ist, wenn ich, Sheriff Pat Garrett. Ich habe gehört, dass du mit ihm gehst, Herr. Das Backstabbing-bastard mit dem Takt-on-Tin-Star. Gut aussehend, ungeschickt. Okay. What now? Duell? Oh, wie geht das? Hilfe. Fokus. Halte deinen Gegner im Fokus, also mit der Maus im Fokus. Drücke Leertaste, um vorzufahren. Okay. Okay. Ja. Na. Easy. Habe ich noch. Wo der Kopf, oder was? Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke Linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen. Ziehe den mit der Maus und schieße dann mit links. Okay. Auf die Waffe gucken. Okay. Oh. Wow. 0,7 Sekunden, da habe ich aber lange gebraucht. Haha. Nochmal neu. Okay. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. So. Fokus. Auf die Hand, würde ich sagen. Nicht zu weit. Nicht zu schwenken. Ich falle die Hand im Auge. Okay. Also jetzt geht's wieder da hin. Den Kürbis nochmal wegschießen. Ja. Oh. Hihihi. So. Auffassen. Der Typ da drin. Oh. Oh. Das letzte, was ich hörte, war Gerrits Koin. Das ist nicht Billy. Nein. Und komm. Wie kam es? Und, Mann, das war nur das Beginn. Ja, da werden wir, glaube ich, noch ein paar Folgen von machen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Auf die Erde. Tschüss.